Notfallsprinkler, okay. Der euch bei der Suche behilflich sein wird. Macht euch auf den Weg nach Ratasum. Ich sorge dafür, dass ihr von dort zu den Inseln gelangt. Während ihr das erledigt, werde ich den Implantationsraum einschließen und eine neue Theorie testen, der ich nachdenke. Den ersten haben wir. Hier ist der zweite. Oh mein Gott, war eine Wäsche runtergeflogen. Okay, also am besten von da, wo das Portal ist. Auf jeden Fall gut Höhe. Damit wir da rüber kommen. So, okay. Das schaut doch schon mal gut aus. Ja, jetzt kriegen wir den dritten. Okay, also von der Mitte, wie man gesehen hat, hin und zwei Erfolgspunkte. Nice. Ja, jetzt kriegen wir den dritten. 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 Vielen Dank.